hallo und herzlich willkommen zur vierten folge von how to emergency 16 in der kampagne zusammen pascal hallo ja was sehen wir da mit bestutensilien ja wir sind immer noch in der kampagne schauen dass wir hier so ein bisschen hilfreich helfen hilfreich helfen und irgendwelche schwarzen gestalten das sieht so aus schwarze kleidigen gestalten ja auch jetzt machen die eine blockade und die blockieren einmal den konvoi so was schlimm ist das so in der theorie würden jetzt eigentlich noch schüsse und sowas hören das hört ihr aber leider nicht weil wir den ton ausmachen mussten die musik ausmacht die terroristen haben die lastwagen des konvois entführt und haben sich an einem noch unbekannten ort verschanzt kümmern sie sich um alle verletzten des überfalls finden sie den konvoi machen sie die terroristen unschädlich und bringen sie die lastwagen zum zielort am reichstagsgebäude ne aber wegen den schüssen gehört habe gesagt wir mussten die musik von den märkten sie ausmachen weil das nicht 100 prozent copyright frei dies zum teil copyright frei aber ja aber nicht 100 prozent hat eben und dazu zählen aber auch die ganzen sounds in den vorspenden und sowas die zählen auch mit zur musik deswegen habt ihr nicht gehört dass da ich die große schießerei gab zwischen gangster und polizisten wo ist denn das ding ja war das hier ach der will jetzt schon mal polizei hinschicken an die stelle wo das ging ist ja das ist es da muss man später dann hin und das sind noch stürme polizei also weil wir das da an der stelle den hilfskonvoi halt eben bei dem haben als versorgt haben wir müssen mit der polizei drohen nämlich dann die lastkraftwagen suchen mit dem fest zeugs gedöhnt festhalten dann muss man die terrorzelle stürmen weil das steht ja ist wieder verloren sowas hier ist nicht verdächtig nein nein hier sind dann hier ist dann auch so leider sie ist dann hier ist auch so schütze glaube ich dann richtig da ist eine ecke und da stehen noch zwei typen die ich immer über sehe ich sehe die übersehe die jedes mal schlimm ist das deswegen auf die wir müssen achten zu viel vor sie dass wir darum dass wir hier alle leute versorgen und den einen gangster waren sie zwei streifen wagen abschleppen ich muss mir mal merken wo das ist ja das ist so die bergungshelikopter den brauchen wir dann und aber so jetzt hast du da vor ort so geplatziert solltest du ja sehen wo es ist immer genau an einem meter zeug jetzt ob man schon wüsste was passieren würde und was er machen müsste gleich naja es würde den einsatz schon kennen und als würden wir hier euch zeigen diesen einsatz am effektivsten abschließen kann unserer meinung nach zum effektivsten wenn ihr natürlich einen super guten tipp habt dann teilt den doch gerne mit allen anderen und schreibt den in die kommentare richtig dann könnt ihr natürlich dann noch besser als nach schließen dass wir jetzt hier getan haben können fast alle auf einmal versuche versorgen hier bin ich gut oder was unglaublich so viele rausgeschnitten werden müssen ach da haben wir noch ein das darf natürlich auch nicht passieren dass du einfach nur da rumstehen hast aber der niemanden den den der wenn ich oder niemand versorgt das auch und effektiv wäre ach so wir brauchen noch die erste karte ohne ein notarzt sollte so schnell wie möglich die verletzten am einsatzort untersuchen ansonsten werden sie immer schwächer ganz einfach nicht aufsteigen lassen das musst du erst machen wenn du alles hinbekommen hast da kriegst dann die meldung ja mal bitte erst die karte ohne fliegen lassen nein das hier ist kein chaos das ist alles organisiert hier das muss so gucken dass die nicht in die helikopter einsteigen sondern die erst mal haben sich jetzt ernsthaft 45 note erste da ich habe alle angeklickt steht der erste auch nicht passieren wird erledigt aaaaaaah schlecht ganz ganz schlecht alle lohnen als man sich zu einem patienten rennen wenn man damit doppelklick gemacht hat eieieiei wir bringen die bitte erstmal alle da hin ich weiß nicht wie viele passen da rein genug wie geht bitte den weg die terroristen haben auch einen guten platz aufgesucht um den konvolts überfallen hier direkt vom brandenburger tor also inmitten vom herzen von berlin den techniker brauchen wir auch also ja wir müssen mal ein bisschen gucken wie wir das hinbekommen ich versuche es zu vermeiden zu viele verletzte zu erzeugen weil das macht dann halt auch nur stress und gibt punkt abzug also beim terroristen stürmen hier war meistens immer alle wieder ballern mhm alle krisen gezielten scharfschützen gewerrsschuss ich weiß ich weiß so weitermal du fährst mal bitte hierhin weil dann fand die ganzen nervigen autos ja noch ab kann ich schon aufmachen alles klar ich glaube ich glaube du machst es kaputt vielleicht wenn es jetzt schon dran geht ist ich weiß nicht wie eine sprengfalle an dem ort ja es ist schon ein sprengfall abgesichert der sie den sprengfall getippt stehend ich werde ich mal gefunden hast da war ja weiß gut gibt kurz im garten das ganze nochmal schnell durchlauf gemacht wo sind die ganzen leute jetzt noch nicht alarmiert die einsatzstelle genau das habe ich noch nicht gemacht die nur dazu packe ich immer hier hin sekar hier roboter brauchen wir hier werbungshelikopter holen wir uns hier hin jünger vom auch dort ist und jetzt haben wir auch die aufgabe bekommen können räume der sekarthrone aufspüren lol ok also sobald man alle versorgt hat ist das dann so dann holen wir uns noch mal die polizei und dann kann die sekarthrone gleich mal lossuchen und dann wird sie den ort hier finden mhm auch wenn wir den schon gefunden haben längst aber egal wir haben ihn nicht gefunden wir wussten wir haben ihn gefunden den ort das sah so verdächtig aus mhm das ist nicht unser wissen warte mal ich denke leicht war ein spät die straße hier aber da stehen sogar links rechts 2 die haben wir gar nicht gesehen bisher wir sind plötzlich auch getaucht sowas mit scharfschützengewehr stehen die dafür plötzlich rum aber stellen sie sicher dass er nicht geschossen wird weil ich hier so unauffällig mit dem scharfschützengewehr ne das ist auch der grund warum ich mit scharfschützengewehr mal an die rangegangen bin weil die auch scharfschützengewehr alle haben was gibt es kein problem muss warten muss um auf play gehen ehe die ausgerüstet sind und wenn er angeschossen wird dann zieht er natürlich auch so eine handfeuerwaffe was auch ein bisschen doof ist da habe ich die zu nah dran platziert eine bombe ist detoniert und hat die umgebung vermüßt du hast eine große radios ich weiß ich habe auch gemerkt und gesehen und wollte weg klicken hat er nicht gemacht ich darf dir nicht zu nah platzieren weil die haben langschussgewehre dingsbums langschussgewehre die haben scharfschutz scharfschützengewehre deswegen habe ich die auch mal weggeballert oh wie unerwartet die war gar nicht zu sehen die beiden typen die sprengfalle die waren wir konnten nur so blind sein tun jetzt werden die kreis gespawnt ganz komisch das werden die kreis gespawnt der falle aber stellen sie sicher dass er nicht beschossen wird ja okay kommt 20 prozent vom leben verloren mein gut ja also ich habe wahrscheinlich sehr gute schuss ihre westen wenn die jeweils du darf der roboter da reinfahren ja ne aushalten naja der roboter darf rein von dem wie soll sonst den schärfen können wir nicht in roten radios fahren darf aber ach so ist ja polizei holen aber der typ war eben gerade im roten radios drin der ingenieur als er da den kreis gespawnt ist die sprengfalle hochgegangen sie haben den sprengsatz entschärft und gleich entfernt zu dem roboter ich hätte ihn gleich aufgeladen einfach guckepack so allerdings würde ich jetzt mal kurz kurz warten bis das problem ist wenn wir uns das tor öffnen dann kommen direkt auch die nächsten längstern deswegen erstmal die zwei typen abtransportieren damit wir dann gleich ach komm mach alle 6 verfügt machen machen was auf sichere art und weise müssen wir sich gucken weil die stehen halt zum teil hier auch wir werden es gleich sehen auch wenn das heiligen auch dass er kommen wollen wir sind doch die taktik pascal machen also alle niederbordern na mal gucken und gucken wie es nicht sicher ist weil ich will nicht dass die noch mehr Prozent angeschossen werden wenn bereit diese werden ich zurückholen was ich weiß nicht also muss doch nicht passiert was könnte theoretisch passiert ist auch ungeschossen wird genau die fliegen jetzt nicht das ist der vorteil so ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht wenn sie auch jetzt so tappen weil sie erst mal die beiden hier vorne mit blendgranate und dann ja guck mal hier weil die range von den blendgranaten die ist halt auch schon groß allerdings weiß ich dann nicht ob ich hier dann irgendjemand die nimmt die zeit ob die von der zeit auch reichen ne ist ja auch noch frage ja von der zeit reichen die ganz knapp aber der wollte gerade sein scharf schützen weil wir die hand nehmen ne ich glaube nicht da noch so hier kommen dann später welche wahrscheinlich richtiges borne nachher noch welche wieder nach jetzt wird es kompliziert ich denke hier an der industriehalle seid das relativ chillig aber hier ist schwierig wir müssen die betäuben und damit wir den festnehmen können ja wir brauchen jetzt drei leute zum blendgranaten werfen und den einen da vorne festzunehmen und den halt trotzdem betäubt halten das ist jetzt die herausforderung so genau der feuert auf den wer feuert auf den wenn ich wäre wenn ich mehr feuer sondern wer meist gute frage ich glaube denn er kann noch läuft der läuft gerade am häuser noch vorbei ja einer sie kann aber hier sind nur zwei und hinten auf der straße steht auch der dritte der dann den unten abschießt oder ja erwarte befehle du den ja genau der wirft den ab der hat der wirft den ab der hat ja wo ist der da da ist der lol ne der hat grad geworfen deshalb ne der hat grad geworfen deshalb ne der hat grad geworfen deshalb ne also machen wir heute die behutsame methode mit ganze zeit blendgranaten werfen und dann etappenweise die leute festnehmen der granatenregen ja okay blendgranatenregen ja uuuh ich denke wir können den hier auch festnehmen ja für den feste möchte nur den ein wieder weiter betäubt halten der schon betäubt wird die beiden ja natürlich ja und alle direkt in den sdk in den mannschaftstransporter da willst du direkt werden zur fügung stehen die sdk leute aber egal ob mit hier blendgranaten festnehmen oder mit vorlauf und niederballern man braucht schon alle sechs leute eigentlich ach stimmt hier hinten war ja noch der eine den vergesse ich die ganze zeit mhm der sich dann im haus versteckt hat also ich punkte einfach mal darauf dass es darauf so auf die methode mehr punkte gibt als wenn ich einfach alle nieder schieße das ist natürlich eine gute frage was mehr punkte bekommt weil wenn du halt weniger verletzten anfall hast und eigentlich besser das stimmt ja bin dabei war mit dir ich glaube noch nie nachgedacht aber es gibt schon sinn es weniger patienten mehr punkte gibt ich bin dabei beziehungsweise patienten wirken ja auch das risiko dass wenn du dir nicht schnell genug versorgt dass die punkte einbüßt dadurch was dir hier ja nicht passieren kann ach das ist ja auch eine komplizierte situation eine sehr komplexe situation mhm so das ist der hier ach ok der hat dann den geschmissen ja dann kann der hier anstellen den hier festnehmen der schmeißt der schmeißt der schmeißt in ordnung hier hinten sind die beiden aufgetaucht ja was gibt's das sind glaube ich in acht ist freund und nichts weiter in der ecke die übersehe ich gerne mal dann kann man sich dann schon die ganzen verletzten alle rausgetragen habe gerade ein ende sind sondern wird sie so warte mal das stehen noch zwei achtung weiter an fahrer rüsten nähern sich das war die meldung auch diese ganz am rand kam die ich einfach ignoriert habe getrost dahin sind auch gerade noch ein paar mehr geworden die ursprünglich waren ich glaube wir wollen zweitmannschaftsporter ja ob der verfahren autos lang naja ist ja nicht gefährlich oder situation stehen nur ein paar gangster rum die mit scharfschützengewehr gewaffnet sind und durch transporter mit dem äh pesthilfskonvoi entführt haben also die haben das augenlicht dann wahrscheinlich auch einfach komplett verloren nach der haktion nach der haktion genau die werden noch beide gleichzeitig mit ein betäubt das ist ganz praktisch ja weil ich so eng die Männer stehen was gibt's sofort höre zu befehlen höre blinderberg der Mannschaft den Ordnungsbordwagen bringt alle Gefangenen zu den Arrestzellen und der Basis erwarte Befehle wird gemacht höre zu befehlen höre mal hinter dem Umspannwerk er kann gut er muss auch mal drüber werfen können ja was machen die denn jetzt oh das war knapp man muss immer aufpassen ja also wenn man dem zu nahe kommt ihr merkt schon ja und vor allem rechtzeitig wirken ja man so lange die halt auch betäubt sind reagieren die auch nicht sondern sollte man die zwei die losgrenzen schleunigst auch festnehmen weil die sind schon drauf getrimmt das werden dass sie sofort direkt werden loslaufen und weiter ballern weil die wurde jetzt schon mal getrunken 1 2 3 4 man muss noch das gebäude stürmen naja auf der karte kann man immer so ein bisschen gucken okay habe ich auch wirklich alle um die den festzunehmen muss ich den noch blenden sehe ich das richtig denke auch nee du kannst da drinnen kein fahrzeug platzieren mangelände das ist auch so eine nervige sache ich glaube ich habe alle betäubt oder der hinter aller hinterste der hinterste nicht ja naja und der hier vorne ja also fehlen ein paar aber ja noch zwei stück Achtung der rennt der rennt der rennt wer rennt es war knapp was wer rennt der da ist losgerannt gerade der hier ne der andere der ne der andere der beschießt nein der andere beschießt ja der ist losgerannt ah guck mal dahin ist noch eine zweite bombe richtig da vor dem eingehen der fabrik ist auch nochmal eine sprengfalle wenn man der fabrikhalle nah genug kommt dann sieht man die irgendwann auch was gibt's alles klar alles klar alles klar alles klar wir haben halt alles sehr sicher gesichert ok bin bereit sofort alles schön mit bomben ausgestalt ausgestaltet ja ja was gibt's sofort damit niemand reinkommt und wenn dass er dann in die luft gejagt wird ich glaube ich habe alle oder ja gesichert aber jetzt haben wir alle jetzt haben wir alle offensichtlich gezogen hat ja sondern auch die drei leute im gebäude äh rausholen die da drin sitzen woher weißt du dass das drei sind ähm wir haben sie noch nie gespielt in meinem Leben bisher zuerst mal sollte man natürlich die bombe entschärfen die da noch liegt oh ja ehe wir reinstürmen in das gebäude bin bereit verstanden sonst dürfen wir gleich nochmal neu starten oh nöö einmal entfernen der bombe zu befehl sie haben den sprengsatz entschärft lassen sie jetzt das sek das hauptquartier der terroristen stürmen ja alles klar was geht's bin dabei so wir haben gestürmt diese maschinenpistolen zu uns 15 terroristen einfach kommen wir dazu maschinenpistolen zu uns die mal kommen wenn er im gebäude gestürmt wird von polizei also vom sek gestürmt wird haben tatsächlich zwei ingenieurs die passen ja perfekt alle rein als hättest jemand geplant mit drei gruppen transportwagen und ich will haben die 18 verletzten wenn die 18 terroristen übernommen ja den übernommen nicht einfach repariert sondern direkt übernommen haben wir den die müssen jetzt abtransportiert werden nicht dahin wo sie eigentlich hin sollten es ist mir noch nie aufgefallen aber wann guckt man sich auch mal ingenieur der karte an diesen lila auf der karte interessant sondern können wir alle drei fahrzeuge einmal dann abliefern direkt kann sich nicht mehr losfahren lassen die drei fahrzeuge waren ja los oder wenn ich noch mal gefahren die musik werden ich noch gefangen die ganze verland zu dem ort wo sie hin müssen dann dahin schicken die werden jetzt nicht noch mal gefahren wer langweilig und eins ist jetzt noch mal wiederholen würde dass man sich auch keine polizei begleitung kann man sich machen wenn man es schön machen will aber ich hab doch nur zwei beleitung zum stück gemacht wie gesagt wenn man es schön machen oder man einfach nur schnell und effektiv dann selber weg die sirenen von der sirenen fliegen in serien von dem atomkraft ich glaube was ist mit abstand gold würde ich sagen mehr ist es doppelte für silber das habe ich wirklich gut gemacht ja so wo dich im heiß einordnen können 77 das ist ein guter platz weil jemand ist über deleted user 48 gerutscht er hat auch neben ganz mit fernmitteln gespielt natürlich mit kompletter flow halt die ganze zeit auf play und die die essikale dann halt immer immer beschäftigt halten und dann kriegt man das wohl da ist perfekt das ist wahrscheinlich auch eine routine muss aber das ist einfach mehrere mal hintereinander durchspüren der routine entwickeln ja das optimal muss ich meine ich war jetzt auch ich war jetzt schon schneller als ich die verletzten davor sorgt da bei dem unfall und alles das ging ja schon alles viel schneller dann aber wusste genau was ich was kommt auf mich zu was kommt da was kommt da was kommt da wie verhalten sich notärzte im vergleich zu rettungssanitäter teams und war weil wir wir kennen ja die einsätze aber nicht in und auswendig also ja bei uns ist das auch schon wieder zwei jahre her aber gut dann danke fürs zusehen und das war's mit der haute märchen sie 16 kampagne und dann geht es demnächst weiter mit der haute märchen sie 17 kampagne und ja bis dahin wünsche ich einen wunderschönen tag und bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss